Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Heute öffne ich zwei Blister-Packs. Das Blister-Pack kostet jetzt von der Top Smash X Extra Serie 599 und da drin sind zwei Packs. Hier vorne Suat Serna mit drauf, haoe hat er WC. Und wir öffnen heute. Ich kniste erstmal rum hier. Ich kniste erstmal rum. Wir öffnen heute zwei Blister-Packs. Die Limi-Packs packe ich erstmal zur Seite. Wir öffnen erstmal die normalen Packs hier. Ich habe schon eine komplette Displaybox ausgepackt. Ich hoffe das Video habt ihr schon gesehen. Wenn nicht, könnt ihr das Video natürlich noch sehr gern auschecken. Und da kommt glaube ich, oh da könnte, hoffentlich ist es den einen, den ich noch nicht habe. Das wäre cool. Ludovic Reis, Lukas Hinterseer, Bittner, Megabit von Bremen, Griesbeck, Belfodil, Abwehrriegel Mainz, Abwehrriegel Leverkusen, Kevin Behrens, Lucia, Waldemar Anton und es ist Tino, äh Toni, äh Tino. Perfekt. Jetzt habe ich so andersrum gelesen. Toni Polzer natürlich. Toni Polzer vom 1. FC Gölle. Und dann noch Jonjic von Aue als Saison-Superstar. Und ich hatte mich gefreut auf Sepp Meier. Der Sepp. Sepp Meier wäre jetzt nice gewesen. So. Burnitsch, Schuranov. Dann haben wir Dave von Sandhausen, Tietz, Maulida, Hustic, Führich, The Wall, Taktik. Dann haben wir hier Vogelsammer, Modahut, Schalke Logo und Mafropanos Saison-Superstar. Ja. So, können in den... Ne, oder? Jetzt habe ich hier... Ich habe einfach den Supercup in... Im Blisterpack. Ist das ein Bug? Jetzt fragt ihr euch, Dennis, wieso denkst du das ist ein Bug? Checkt einfach mal das Starterpack-Video aus. Schmied, Sollbauer. Kleindienst, Besuschkopf. Dann haben wir hier Jonjic. Martenia. Mark Flecken. Die Regensburg-Logo. Und hier den Supercup. So, jetzt lasse ich mich nicht spoilern. Jetzt lasse ich mich nicht spoilern. Jetzt öffne ich das Peck so rum. Ha! Erling Brauthaarland. Der wird auch einmal ganz kurz hier... Übrigens, wenn ihr Schutzfolien sucht, wenn ihr Sleeves sucht, wenn ihr Toploader sucht, wenn ihr Cardsaver sucht, wenn ihr Sammelmappen sucht, richtig schöne, geile Premium-Sammelmappen, könnt ihr sehr gerne unten in der Videobeschreibung bei Investment Collector vorbeischauen. Und mit 5%, also mit PU5 könnt ihr 5% sparen. Und Erling Haaland kommt hier mal in den Toploader. Weil die einfach cool ist. Paulsen. Abwehr Regulierter. Stefan Bell. Keita Ruell. Marcel Deutscher. Merlin Röhl. Irwin Can. Kantkal. Ne, es ist... Avon G. von Union Berlin. Avon G. von Union Berlin. Dann haben wir ja auch noch... Hasebe, LeRoy Sané als Saison-Superstar und Riemann als Saison-Superstar. Also 2 Saison-Superstars in einem Pack sogar. Und das waren die 2 Blister. Das waren die 2 Blister-Packs hier von der Topst Match-Tags-Extra-Serie. Lasst sehr gerne ein Like, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und bisikowski. Bis zum nächsten Mal.